Willkommen zurück hier in Resident Evil und freue mich dass du wieder eingeschaltet habt und ich werde erst mal speichern weil ich es kann so natürlich voll damit dass ich speichern ist klar durch mega logisch ich weiß ja wir haben uns jetzt aus dem Rätsel befreit und wirklich befreit und sind jetzt hier um Zoe und Mia zu retten Ich hoffe das wird uns gleich hier gelingen jetzt und hier Mia Oh shit Oh shit oh shit oh shit Was haben wir denn hier? Flint-Murgeon Sag mal so das ist nicht schlecht Aber recht viel Oh warte mal Das brauchen wir jetzt brauchen wir die Kurbel Ich habe aufgepasst Und die haben wir nämlich hier Zack Und wenn die defekte Pistole noch Könnt ich da rein drinnen Jetzt was wir haben die so lange schon Die Pistole machen wir jetzt ganz So Zack M19 Also gerade im schlechten Zustand aber scheint brauchbar zu sein Alles klar Mit was schießt die? Hä? Sieben Zwölf Schuss Warte mal Was schießt die? Hat die jetzt einfach so Pfff Drinnen Oder so Pfff Oh Ich spiele aber das messer will ich noch haben Ich habe es ja besser ich weiß naja schreibe ich dir an Ich will das hier dran Ich habe jetzt irgendwo ein Wackelknackel Ihr hört den doch oder? So jetzt Ohren gespannt Hm Keine Ahnung Kommt vielleicht noch irgendwo her Hier rum Nee Keine Ahnung Mal schauen So Ab geht's Wo geht's lang hier Kurbeln an Bam Und gib ihm Sehr gut Oder kommen Sie diese Fliegenfecher Ah So Ich brauche es mir Erstmal die neue Waffe Ach so diese Poller dafür Ach so Ach so Gibt's sowas Gibt's ja auch Schönen Dank auch Muss ich wieder ins Hexenhaus Nee oder Oh jetzt kommt die Gewitter Oh shit Jetzt wird's gut Jetzt wird's langsam aber sicher durch Oh wo geht's hier lang Schön Wie viel Muster bitte 15 3 Sehr gut Sehr gut Was baue ich mir jetzt noch aus dem Mulsion haben wir eigentlich genug Guck mal haben wir genug Baumwunstmaß und lehne es Heilkraut Dingens hier Medikit Vielleicht kann es mega da Boss fight Willst du Wer weiß Vielleicht ist er hier der Endgegner Wow 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 Wie viel Mäuse Mögliche ey Oh du witz Das ist übertrieben Leute Übertrieben jetzt echt Mal gucken wie viele Leute Wir abwiesen müssen Dass das hier klappt Wie es klappt Dass es klappt Vielleicht kann man wirklich zum Ende Geht noch Oh gott Oh gott Au Scheißvieh Hm Ich hab echt Angstiert von allen Seiten Das ist so prall ist Ich laufe jetzt nie hier Und weine um diese Musik Ich sehe niemanden mehr Warum diese Musik Leute Wollt ihr mich umbringen Wollt ihr mich flachsen Sieben schuss wie sieben schuss wie sieben schuss Ich nehme die andere ich nehme die andere Was altbewahrt ist ist immer gut so So sehe ich wieder durch Was zum teufel warum diese geräusche Ach nee Ach nee oh gott was ein bedrängendes dein ernst halt da war die flinte ist immer noch so ich bin es ein bisschen abgibt abgetrifftet hier aber ich denke mal das ist aber nicht von euch flammgranaten ach du scheiße ich glaube jetzt geht es hier richtig bunt ab jetzt steppt ob er leute es geht mit die heiße phase denke ich alter flammgranaten flammenwerfer soll ich mir das ding vielleicht auch einpacken so warte mal das pack ich jetzt mal weg ich packe die ganze stöße mal weg wenn ich jetzt wenn ich jetzt noch mal zurück muss oder sowas kann ich es nicht ändern ich mache das mal maximum waffengestiesel und so reload brauche ich nicht sehr gut jetzt speichere ich dafür dass wir jetzt hier richtig krass los stoppen können aber sowas von krasser zeige ich euch wie das geht alter ich bin nicht eine einwandarmee so viel waffen zeug und bäms so was los hallo so wie ich jetzt wir haben keine zeit hast du beide materialien ja das sollte genug sein wenn wir es schnell genug herstellen mein vater und lucas sind nicht weit weg er kommt daddy kommt gut wir haben genug für zwei ja wo sind wir die drei wenn wir das serum hergestellt haben was dann draußen ist dein boot und damit fahren wir durch den sumpf aber keiner von uns beiden wird ohne serum weit kommen eins davon ist meins was was bist du was was genau ich mache einfach mal ich habe das richtig warte pistolen money ist sagt jetzt sagt so wirst du was habe ich noch in der norde als mal ich habe ein wenig kapps wie medikits das ding platz 3 was ist richtig ist ja als angezündet haben so ist schwierig ich habe doch in alles ich habe und haben wir auch für dich auch mal machst du mit dem kopf das wurde gesund als für gerücht mann so man das ist keine augen mehr hast du jetzt noch was im auge du bist doch nur ein stück scheiße es ist ein einzelner hier sind am rei oder was Ich fühle mich jetzt mal schön still, so scheiß Vieh. Autsch. Nachladen, nachladen, nachladen. Keine AP, ich habe keine AP gemacht, ich bin klinisch tot. Oh shit, oh shit, oh shit, irgendwas zum Spreiter, irgendwas zum Heilen, bitte jetzt sofort. Boah, goddammit. Hier lang. Wer ist da? Nutz das Seeraum an ihm. Du willst, dass ich ihn heile? Ja. Geht's dir gut? Das war knapp. Ja. Komm schon. Mia wartet auf uns. Na und das Seeraum? Ich habe jetzt an... Äh... Jetzt ist das mal... Futsch, ne? In Seeraum. So. Pfff. Wo bist du jetzt hin? Ach ja. Na aber und... Und jetzt? Hallo? Ich muss da eins verwenden. Ich muss da eins verwenden. Jetzt ist nur eins übrig. Es ist nur noch eins übrig? Es kann doch nicht nur eins übrig sein. Was zur Hölle machen wir jetzt? Nein. Nein. Ne, Tein Ernst, oder? Ich muss jetzt nie entscheiden, sich sog... Alter, Tein Ernst! Na gut, meine Freundin. Du brauchst du nicht. Es wird niemandem zum Helfen mehr hier sein. Hm. Wo ist das? Sind wir gerettet? Sind wir es nicht? Was? Mia. Ich weiß, du hast viel durchgemacht. Wir müssen reden. Du hattest was damit zu tun, nicht wahr? Sieh doch. Ich will nur die Wahrheit wissen. Ethan, ich erinnere mich wirklich nicht. Versuch's. Ist das das Boot? Ist das nur hierher gelackt? Was zum... Irgendwann ist sie mega faul, Leute. Oh shit. Was zur Hölle war das? Was zum Teufel? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Falsche Entscheidung. Aufmerksam? Ich weiß nicht. Eierland. Ich hoffe. Wann nicht. Oder? Was ist das? Wann. G上げ? okay ich bin jetzt mir und was zum teufel war das was mache ich hier was war das von vier ich dachte es ist vorbei oh shit leute es geht die nächste runde was ist hier los das teil hat sich riefen geschnappt habt ihr die armbanduhr gesehen die war mega rot auf jeden fall müssen wir jetzt befreien ich hoffe das erlebt noch oder sowas wurde bloß für seine art verschleppt oder irgendwie keine ahnung leute wir werden mal sehen was mir auch leute 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 ich bin aber ich habe keine waffen wenn jetzt irgendwas kommt was mich lieb haben will dann wird auf jeden fall das sache nichts im wege stehen oh nein was will ich hier was will ich hier leute was will ich hier ich weiß es nicht mir ist kalt ich habe nichts verloren ich bin eine mia es ist mir egal dass hier es ist mir egal dass hier ich war gerade weiß also ich wollte kurz davor warten auf zu hören habe gesagt nee geht es weiter und jetzt kommt die am ne leute was das war sehen wir in der nächsten folge wenn es wieder heißt resident evil und ich hoffe ihr schaltet wieder ein in diesem sinne danke für das dabei sein das war eine krasse folge und diesen sinne hat es drin bis nächstes mal als steve pädig